Stefan, spielen wir einen Spanischen Doppelpass, ein Paso-Double! Alle! Oh, was ist das? Guck mal. Alle! Schmeckt! Oh, sorry, ich habe einen Terrotte verschluckt. Ja, und die Bayern haben sich nach der überragenden Leistung gegen Mainz erst mal verpisst nach Ibiza. Klar, Mannschaftsfahrt. Der Nagelsmann hat aber auch weder eiernde Hose noch Humor. Nach so einem Spiel ist doch klar als Trainer, da cancelst du die Flugtickets der Spieler, in der Kabine stellst du dem Lewandowski so einen Ghetto-Blaster hin, machst eine CD rein mit einem Wanderlied aus den 90ern drauf. Hey, we're going to Ibiza! Und dann sagst du so, wenn er läuft dahin, dann ist es okay, Dienstag ist wieder Training. Tschüss! Der Bratzow hat gesagt, das wäre eine teambildende Maßnahme. Wenn ich hier jede Kiste Pilz als teambildende Maßnahme verkaufen würde, dann würden wir mehr zusammenhalten als beim VW Bochum. Glückwunsch übrigens, so macht man das. Hätte ich Bock mit den Bayern da auf Ibiza, ey. Ich bin den ganzen Tag nur wach, weil der Gnabry in jedem Restaurant ein Espresso trinkt. Und mit dem Ulreich kannst du jeden Tag zum Fischen rausfahren auf Ibiza, damit er jedenfalls da mal ein paar Dinger fängt. Acht Kilometer haben die Bayern in 90 Minuten gegen die 0,5er geschafft und 4 zu 24 Torschüsse. Bei der Leistung, ey, das langt maximal für einen Sauerlandstern. Statt Ibiza und Champagner, hier die rote Sonne von Barbados und Fanta Korn. Ne Christian, du hattest letztens auch wieder so viel Vollkorn sprudelt im Feinkostgewölbe. Du hast bei der Musik noch mitgesungen, als die schon aus war. Was haben die Bayern seit dem 31. Spieltag und mein Andi nach dem Hochzeitsantrag gemeinsam? Drei Wochen vorher Schluss gemacht. Ey, ist so. Die Bayern haben halt das Spiel gegen Mainz und Hertha vor ein paar Wochen den Magath eingestellt. Hoffentlich spielt der Nagelsmann gegen den VfB Stuttgart mit der F-Jugend. Wobei, das langt für die Stuttgarter auch noch. Die Stuttgarter sind momentan mehr am Zittern als meine Jungs nach vier Tagen Malle. Und die Bayern-Spieler sind bestimmt topfit, wenn die aus Ibiza kommen. Bruder, wisst ihr ja, klar. Der Magath wirft denen das jetzt aber vor. Ich frage mich aber, Magath, überleg dir doch mal, du hast ein 1-1 gegen Bielefeld. Kurz, das ist die erste Frage, die ich habe, wenn man bei Hertha ist. Neben den 3426 anderen Fragen noch. Da kannst du als Mannschaft, ich glaube, die Hertha-Spieler sind noch nie so viel gelaufen, seitdem der Magath der Trainer ist. Acht, neun Kilometer pro Spiel, ist doch scheißegal. Von hinten kackt die Ente, bringt aber nichts, wenn sie vorher schon gebrochen hat. Im Fußball ist es wie im Sex, du musst die Dinger vorher eintüten, sonst bringt es nichts. Ist aber auch scheiße, wenn die eigenen Fans dir nach dem Derby Löcher ins Kondom gestochen hat. Da ist auch nichts von. Dann bei der Hertha, da kannst du nur Bobbycar und Bauklötze in die Kabine stellen und sagen, wir fangen doch mal von vorne an. Stell dir mal vor, Relegation Hertha HSV, da kannst du auch den Windhorst oder Kühne in eine Zigarrenloge setzen und sagen, hier, wer als erster eine fertig gepafft hat, der bleibt in der ersten Liga oder geht in die erste Liga, wie auch immer. Ne Stefan, der Mai ist nur der Wonne-Monat, weil wir da einmal gewonnen haben. So Männer, ihr spielt heute in Trikots der D-Jugend. Oh doch, damit ihr mal wisst, wie lange ihr schon scheiße spielt. Ja und Aki Watzke hat sich nochmal gemeldet. Der BVB wäre vom Videoschiedsrichter mindestens zweimal benachteiligt worden. Dann wären sie jetzt nur sechs Punkte hinter den Bayern. Und dann gibt es einen Titel oder was? Ich halte da beim BVB mal eine Brandrede. Oder eben der Julian. Ja, wegen Brand. Ist ja jetzt auch scheißegal. Halte ich da eine Brandrede, bis es qualmt. Da kommt der Aki Watzke rein und sagt, oh, was piept denn hier? Ist der Rauchmelder? Ich so, nee Aki, die Kabine packt rückwärts ein. Hermann, bleib ruhig. Acht auf deinen Puls. Steter Atem. Steter Atem. Was machst du denn da? Nicht Steakbraten! Ja und bei RB Leipzig ist es so, wie immer mal wieder im englischen Königshaus. Es gibt Probleme mit Schals. Also hier wegen der... Freiburg hat kein Bock, dass das Logo auf diese Fan-Charles da gedruckt wird. Finde ich schade. Freiburg hat doch so ein Geier im Logo. Das wäre doch geil gewesen, der Geier mit so einer Red Bull-Dose vorne auf dem Schnabel. Ist aber nicht erlaubt wegen Tierschutz. Wie Freiburger. Aus Badisch wird unsympathisch. RB Leipzig gegen Freiburg. Das ist so wie Sassu Nucalcu gegen Urs Salernitana in der Serie A. Da sagt auch jeder. Watt? Wer ist das denn? Christian! Dein Tank ist komplett leer! Du brauchst mal wieder Aralverkehr! Das Shooting für Frau Wirtin bläst nicht nur zum Zapfenstreich. Nee, also pass auf, Fürth ist ja abgestiegen in die zweite Liga und die haben ja im Vereinswappen ein Kleeblatt. Das bringt ja eigentlich Glück. Warten jetzt bei Darmstadt 98, wenn die aufsteigen in der ersten Liga, die haben ja im Vereinswappen eine Lilie. Das hat eine Friedhofsblume. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat ein Start-up gegründet und verkauft jetzt Suppenwürfel als Bio-Bonbons. Arnie! Scheiße! Sag mal, das ist ja wie ein laues Tier. Macht aber… Nochmal. Jetzt muss ich nochmal nachgucken, aber bis dahin war es schon mal gut. Ja, und bei der Hertha, da kannst… Nochmal. Ja, und bei der… Bei der Hertha, da kannst du einfach… Scheiße! Stell dir mal vor, Relegation, Hertha gegen HSV. Da kannst du auch den Windhorst mit dem… Wie heißt der? Scheiße, Kühne. Noch mal. Jetzt habe ich die Vereine schon vorher vergessen, bevor ich überhaupt... Leipzig gegen Freiburg. Da klingt ein bisschen so wie in der Serie. Ja, Ua Salanitana gegen Saselio Calcio. Die Hühner. Ich kann die nicht aussprechen. Saselo Calcio gegen Ua Salanitana. Bei mir frage ich mich auch immer. Adonis oder Buddha?